Was für ein Otto, ey. Soll ich rausgehen? Warum rausgehen? Guck mal, ich glaube, 1Live, das sind, glaube ich, die hübschesten Mädchen der Welt. Ich frag die hier einfach. Ich frag die erste mal so von hinten. Nein, die hat einen Bart, die darf ich nicht fragen. Warte mal, sie hat einen Bart. Da ist ein Mädchen. Hallo. Deine Augen haben die gleiche Farbe wie meine Bettwäsche. Soll das ein Kompliment sein? Ja, ich wollte dich damit anmachen. Funktioniert das jetzt? Nee, nee. Sorry. Kennst du vielleicht deinen Anmachspruch? Ich habe meine Telefonnummer vergessen. Darf ich deine haben? Ich habe meine Telefonnummer vergessen. Darf ich deine haben? Nein. Tut mir leid. Funktioniert nicht. Tut mir leid. Schade. Die ist einfach voll hübsch. Wahnsinn, was hier los ist. Guck dir das mal an. Hallo. Hi. Kommst du öfters her? Das wäre der, den ich fragen würde. Pass auf. Wie war das nochmal? Kann ich deine Telefonnummer haben? Ich habe die verloren. Hier. Du kannst mich ja später mal anrufen. Danke. Weißt du? Ja? Ja. Nein, pass auf. Kann ich deine Handynummer haben? Ich habe meine verloren. Äh, 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 nee. Okay. Also pass auf. Warte. Pass auf. Ist ganz einfach. Pull mal, hau ab. Das, das, was... Ja, man sieht es, du hörst Musik. Du hörst Musik die ganze Zeit so, ne? Ich arbeite. Internet, hier, guck mal, Facebook, Twitter. Ich habe, in zwei Stunden habe ich endlich Feierabend. Ja, das gehört dazu. Social Media und so. Warte mal, ich lese gerade, warte, ich lese gerade vor. Pass auf. Ich habe, in zwei Stunden habe ich Feierabend. Dann, ich habe die ganze Zeit schon getan, als ob ich arbeite. Der Chef von Dienst ist gerade nicht da. Ja, wir treffen uns gleich bei Starbucks. Okay. Ja, warte, pass auf. Ich habe einen neuen Wecker. Willst du ihn morgen früh mal klingeln hören? Nein. Lass ihn schlackern. Das lohnt sich, guck doch mal. Dein Körper ist eine heiße Herdplatte. Es gibt wohl nichts Heißeres. Okay. Okay, guck mal, es kommt, es wird... Es wird intim. Der ist nicht schlecht. Sind deine Eltern Architekten? Ja. Nein, du musst nein sagen, sonst... Okay, nein. Also, sind deine Eltern Architekten? Nein. Du musst auch fragen, warum? Sonst durfst du... Also, nochmal, jetzt. Sind deine Eltern Architekten? Nein, warum? Du bist verdammt gut gebaut. Ah, ja, danke.